Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire mit Sprünge und Beete. Ja, äh, Sprünge. Okay, ich habe die Karte für so ein ganz Schrock, weil ich habe gesehen, wenn ich das nur aufgeregt habe, ich habe gesehen, dass die Fabricieren immer so in den Arten waren. Oh, das geht ja noch gar nicht. Das Gegenteil. Ach, komm ich mal. Oh, da haben wir es auch gemacht. Dann bin ich da runter. Schneller, da ist doch keiner. Ja. 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 Okay, okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Er hat eine Drohne losgeschickt. Wilskrecke. Wir schicken Sie die Kartereisen mal also. Aber wir schicken Sie alle ab. Aber es geht gar nicht mal, dass ich mich vernsinnig opportunities mit dieser D Ming. Maar bisher haben wir im Кстати, als Jungs noch Nhậtge questa Brinklinde vorherige. Und wir haben alle Angst, als ich schon mache und ich habe eine solche Sache zu machen. In Peace Confiance. Untertitelung des ZDF, 2020